Danke! Bitte! Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft MegaMine! Wieder mit Jörg, dieses Mal aber ohne Freddy, der mir gerade eine Nachricht geschickt hat. Und Jörg schlägt mich erstmal, das finde ich sehr unnett. Genau, moin von ihm, moin von mir. Schade, ich dachte er stellt sich zer hin und angelt, dann wollte ich ihn ins Wasser schlagen. Ich habe übrigens keinen Plan, was ich heute machen wollte. Angeln? Na, ich glaube ich wollte noch Clay farmen. Ich habe auf jeden Fall 13 Dschungel-Zapplinge vom letzten Mal noch in der Kiste getan. Dann können wir auf dem Baum farmen noch ein bisschen was. Oh jo, geil! Schusslässig. Ja braves Mädchen, braves Mädchen, ja fein. Stimmt ja, hier steht ja noch der eine. Achja, bei mir hat man das in der letzten Folge nicht gesehen, das hat man nur bei Freddy gesehen im Speedpart. Ich habe noch ein bisschen Clay gefarmt. Also, wo ist der Clay hin? Jörg? Das kann ich dir nicht sagen, ich habe keinen Clay gehabt. Ich kotze im Quadrat, wenn der weg ist. Oder habe ich den alles schon rausgenommen gehabt? Du hast doch alle Öfen vollgemacht. Ja genau, ich glaube ich habe den aber schon wieder rausgenommen. Ich gucke gerade mal. Ja, ich habe den wieder rausgenommen. Ich bin ein guter. Hm. So, ich habe nämlich im letzten Part bei Freddy, das war ein Speed... Okay, der Server hängt gerade. Ähm, ein Speedpart von ihm. Habe ich ein bisschen Clay gefarmt. Ein bisschen mehr. Und habe den in eine Kiste geschmissen. Oder besser gesagt, erstmal in die Öfen. Das ist zum Bricks verarbeitet worden. Das ist Halle-Tampon. Und dann habe ich eine extra Kiste dafür gemacht. Die ist da. Und die ist recht voll. Hm. Zwei. Zwei. Und so ein bisschen noch was. So, und deshalb werden wir uns heute mal an den Bau eines Daches für Freddy und Kishi machen. Ich habe keinen Timer gestellt. Sagen wir jetzt mal noch so 18 Minuten. Moment. Man hört übrigens, wenn ich mit meiner Maus klicke, das ist ein bisschen nervig. Kannst du das nicht nur empfindlicher einstellen? Was? Das Mikrofon. Ja, bei TeamSpeak, aber nicht bei Fraps. Also bei Fraps nimmt es ja alles auf. Ja. So wie der Name steht. Übrigens, es kommt was ganz tolles, wenn der Timer abgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du heute schon... Ach nee, habe ich noch gar nicht hochgeladen, oder? Nee, habe ich nicht hochgerendert. Ich renne gerade im Kreis. Du hast heute nicht zufällig Part 20 von MMM geguckt, oder? Ich glaube, den habe ich vor ein paar Tagen bei Freddy geguckt. Ein Typ hat unter meinem Video Werbung gemacht. Okay. Ich habe es... Also, es war halt gesperrt. Und dann habe ich es auf Zulassen gemacht. Und dann habe ich einfach geschrieben, You can lick my balls. Was erhofft sich jemand davon, wenn der unter meinem Video Werbung macht? Ja, ganz viele Leute. Zum Beispiel mich. Unbedingt. Ich habe mir auch nur so gedacht, boah, der Typ hat es richtig geschafft, ey. Der braucht nie wieder irgendwo Werbung machen. Er hat sofort tausend Abonnenten. Tausend Millionen Abonnenten, ja. Ich dachte nicht. Kein Problem. Der hat sofort... Schlafen gehen, oder wie? Ja, können wir machen. Regen und auch noch Nässe. Regen und auch noch Nässe. Klingt lobisch, ne? Klingt gut. Du gehst am Steak schlafen, oder? Ja, ich gehe einfach in dein Bett. In mein Bett? Das ist dein Bett, ja. Stimmt, ich habe in meinem Haus keins mehr. Fuck. Bei Freddy. Ich gehe bei Freddy. Wusstest du eigentlich, dass es in den Nässerfestungen jetzt auch Kisten gibt? Und da kann man auch Sattel finden. Nein, das wusste ich nicht. Da kann man auch Sattel finden. Ich lese mir die Sachen nie durch, die passieren. Ja. Das ist aber schick. Aber unsere Nässefestung hat noch keinen Sattel. Also keine Kisten wahrscheinlich. Und ab der 1.8 gibt es richtig geile Neuerungen für Verzaubern. Ich denke, die 1.8 gibt es schon. Nee. 1.7.8 sind wir, ne? 1.7.9 sind wir jetzt. 1.8. Da muss man mit Lapis Lazuli verzaubern irgendwie auch mit. Aber man braucht immer nur noch 3 Level pro Verzauberer. Boah, geil. Tampon, gehst du ja bitte weg. Ich muss ja nicht... Nein. Oh. Ich weiß, dass du deine Tage hast, aber gehst du ja bitte weg. Danke. Ähm, dann brauchen wir die da. Davon brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar mehr. Haben wir noch Dark Opel hier? Dezent, ja. Ein Steckchen. Jo, dann gehen wir jetzt erstmal mal Freddys Dach fixen. Das könnte ich natürlich im Speed-Part machen, so wie ich mein Dach gemacht habe. Was übrigens extrem lustig ist, der Speed-Part. Ich werd mal wieder zu der Spinnenmine gehen und mal wieder in eine Runde reinsterben. Oh, ganz schlechte Idee. Hast du noch Level? Nein. Nicht so viel. Was geht noch? Ich hab nur einen 10 gerade. Die hab ich nur durchs Backofen voll machen. Du musst ja nicht mitkommen. Ja. Ich bin grad am überlegen, ob ich mitkommen habe. Ich werd erstmal Freddys Dach fertig kriegen. Ich brauch Level, ey. Ich hab ja gar nichts am Level. Überleg, ob ich meine Diamantrus so ganz ziehe, aber ich glaub nicht. Äh. Willst du die unbedingt verlieren? Ne, deswegen ja. Ähm, du solltest dir Milch mitnehmen einmal. Ja. Da hätten wir sowieso mal früher dran denken müssen. Ja. Da denkt keiner dran. Nein. Ich meine, es ist ja auch logisch, dass Milch Vergiftung heilt, ne? Ich meine, was machst du, wenn du in Australien von giftigen Skorpionen gestochen wirst? Erstmal eine Milch trinken. Na klar. Was denkst du als erstes dran? Na klar. Scheiße. Skorpion. Oh, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ja. Äh. Richtig gut einfach nur. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaub, Freddys Dach abbauen könnte ein bisschen länger dauern. nö 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 der freddy wieder der freddy ich glaub das ja nicht und der will sich ja wohl nachher pferde aneignen ja nachdem stadt dschungel schon welche hat ja gut klar obwohl dass sie welche haben haben sie nicht gesagt sie haben nur gesagt dass gesehen haben ja ja mach jetzt mal kürsch ihr macht mir die diamantschaufel oh mein gott ich habe noch eine übrigens die ist fast im arsch werde ich jetzt mit level 9 verzaubern dann sind die level wenn sie nicht verschwendet obwohl das lasse ich lieber das ist lieber wozu brauchst du eine diamantschaufel raffle in der höhle und so meinst du die kostet sowieso nur ein dia da habe ich halt nur noch 26 auf tasche ja habe ich halt gar keinen doch ich hatte ja immer zehn stück auf tasche immer als wir noch diamanten aufgeteilt haben obwohl sie alle die hätten gehören müssen ja ach quatsch ich meine du bist so der einzige der was macht in der mine und dann kirsch diese drei diamanten braucht sich erstmal komplette diamant werkzeuge aber lassen wir das alte lästige thema ich wollte was sagen das lassen wir mal lieber und kissy tampon kann nicht aus dem lagerhaus raus das ist nicht möglich ich habe eine nachricht gekriegt ich hab's gehört ich wette das wäre der jörg ich war's der wollte mich ärgern also auf der dünnen map sieht unsere stadt richtig geil aus muss ich ja mal sagen ja wenn man sich dagegen so sky blazers statt anguckt ist es nicht schade dass er geht aus dem projekt er geht ja also er nimmt nicht mehr auf und macht ich wollte gerade sagen ist das nicht schade das geld unnötig vergeben welches geld naja ist egal abos kaufen das sei ja er stimmt 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 und nicht weiter anspringen viel grüße hier an den abokäufer aufweistlichen hier bis dahin haben wir den krieg das ist bald deswegen hast du doch gefragt wer der häuptling der anderen städte ist oder nicht ich hab's gefragt wegen der politgruppe weil ein paar jahr also pia meinte er ich weiß nicht genau was er meint aber irgendwer meinte halt so ja pia will mit euch krieg anfangen dann dachte ich mir so hey danke und deshalb habe ich jetzt einfach mal nachgefragt wegen der politgruppe aber eigentlich mit uns wir sind doch so friedlich ernsthaft ich meine wir gehen nur in deren stadt boxen sie lassen noch vernünftige schriftzüge hinter weißt du wir sind da so nett stellen ihnen da schöne texte hin und die die sind so herzlos und reißen die alle weg das finde ich nicht gut pia das finde ich scheiße von dir dass du das mal wissen tust hier das war echt nicht nett von dir das fandet nicht so knorke ich krieg grad nicht hin sorry mhm freddi hat auch gleich auf der höhe da mach ich bei freddi mal sinnvoller und mach gleich hier einmal einen höher alter die mine ist viel zu groß ich werde sowas von stern ja wirst du ist das jetzt eine feststelle ja gut 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 schön 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 kennst du nicht oder was schön 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 irgendwie kenn ich es aber ich kann es jetzt nicht zu oder ich weiß gar nicht wie der erschaffer davon heißt es heißt auf jeden fall piet zum alien hey doctor ok kenne ich nicht definitiv nein saulustig nimm diese tablette und wir schauen mal was geschieht ich fresse deine nachgeburt was guten appetit ich hätte übrigens noch den gerne gerne den abend fürs brot nimmst du nachher ok ok gut 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 nicht dass du das vergesst ne ich hab ruhe ich hacke mir das nachher kurz ab bitte auch mit der holzachse schicke ich dir rüber schicke ich dir rüber schicke mal linke nein 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 überlebt das mal bitte ich habe keine lust wieder runter zu gehen und euch versuchen zu retten und dann selbst bei kapieren ich halte mich nur auf aber die mine die zieht sich irgendwie in eine riesen hülle wieder rein ja gut dass ich das nicht erwartet habe nein ist ja auch nie so nie minecraft ist immer sehr realistisch machen jetzt mal gronk nach ich habe hier so einen riesen kohle flöts gefunden und den muss ich jetzt einmal abbauen achso ich dachte den musst du übersehen aber bei dir können sie auch nicht in die beschreibung schreiben du hast du kohle übersehen das wäre ja langweil ach ja bei dir auch so viele leute ne ja jeder jeder der bei mir auch werbung schreibt beste aktion überhaupt ich feier den typen dafür so ich meine jetzt erhofft dass ich davon jetzt sind mein abo geben soll ich war überlegen ob ich es einfach mache aber der typ hat auf englisch geschrieben das heißt nein ich wollte mir schon was deutsches wenn überhaupt angucken wenn ich schon ah ja ist gut wenn ich mir schon werbung unter meinen videos angucken muss ja kann ich verstehen ich meine nicht mal ich mache werbung unter meinen videos oder in meinen videos wäre ja auch ziemlich assi ne naja ne also so abonnieren favorisieren dies das like meine seite auf facebook ja genau so was meine ich ich könnte auch einfach ein endscreen machen mit so einem abonnierbutton ja ich kann es auch lassen kannst du dir auch von wo ein paar jahr machen lassen nein der machte intros die super sind ja ich finde die super auch schlecht sind sie nicht so schlimm finde ich die auch nicht ist halt heutzutage fast jedes intro mit dubstep irgendwie ne ja aber ich finde das cool so dubstep intros ich wollte mir mal ein intro für ttt selber machen aber ich bin zu dumm für sowas und da habe ich so gedacht ja nee das ist halt ich hatte ich habe sogar schon was gesprochen ist von freddy mit anderen stimmen und so vielleicht kommt das ja noch mal irgendwann das wäre ganz lustig wo ich los cola flötz den eisen flötz den lapis flötz möchtest du weinen möchtest du drüber reden ja ich möchte weinen und der erste stack treppen ist alle aber ich bin schon level 16 freys dach nimmt formen an ich glaube das wird noch ganz lustig nachdem wir gestern erst mit drei parts titan quest aufgenommen haben also single was ja letzte woche überhaupt nicht kam obwohl ich es hatte heute morgen kam ja einer und heute nachmittag kommt wahrscheinlich... ne heute nachmittag kommt keiner mehr bin jetzt wieder auf dem aktuellen ne ich hatte ja die ganze zeit nichts hochgeladen weil ich ja nur noch minecraft am random bin weil das ja ungefähr vier war also lange dauert wie jedes normale video und jedes normale video dauert irgendwie schon vier stunden oder so ja naja ist halt so wenn man kaputte parts hat ne und die hochladen will weil man ja nichts machen darf ohne aufnehmen also creeper ich glaube das war falsch ich glaube die treppen werden nicht reichen bist du blöd ja diese frage ja so doof was ist das bei dir im hintergrund fernseh ok das ist laut ehrlich ich höre das ich weiß auch nicht was das hört sich irgendwie nach schreien an oder nach musik oder so ja da waren gerade ein paar schreie im fernseher der klang von vergebung erst schreie dann schreie ich habe mir gerade den arm abgeschnitten was ich bin arm rot weißt du wie hast du das gemacht ich bin halt so ein bisschen laut oh nein ich sterbe aah nein du sterbst nicht oh doch nein nein das skelett hat gottse dank den zombie angeschossen ich musste mir also guckst du warum ja wie findest du es geht ich habe seinen ersten vater dich ja geliked hast du wahrscheinlich gesehen ne hab ich nicht gesehen von zips und äh shuffle nee the spark of phoenix spark of phoenix der klugscheiter ich finde ganz cool also er macht ganz gute ganz gute Dinge ganz gute Erklärungsvideos sag ich jetzt mal ja erklären kann er aber ich finde manchmal kommt es ein bisschen so rüber als wenn er ja gott wäre ja ist halt spark of phoenix ja gut er hat jetzt auch schon über 1000 parts äh fast 1000 parts an minecraft das ist jetzt nichts tolles nein aber er lebt es ja halt nicht so regelmäßig hoch wie andere Leute ja 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 wir sind seit 2006 oder so dabei oder ja auf seinem gaming channel war ich noch nicht so cool bei wen guckst du das? German let's play oder wat? ich guck's über GLP und zombie ich fand's einfach lustig dass im ersten part gleich mal Bram gestorben ist ja das fand ich so richtig verdient da muss man sich wenigstens das rumgeschrei nicht anhören da musst du ihn ja nicht gucken ne? nein muss ich ja nicht zum Glück äh was wollte ich jetzt machen? ach ja ich wollte noch Treppen bauen ich habe übrigens die Befürchtung dass die Bricks nicht ausreichen werden das ist ja super nein das ist scheiße das ist gar nicht gut ey so Clay kann ich erstmal nur ein Stack ablegen oder vier dann kann ich ähm Monster Zeugs ablegen das ist hier bei Waffen Knochen Knochen äh Red wieso habe ich Redstone dabei? gute Frage wegen meiner komischen Schaltung in meinem Haus wahrscheinlich wahrscheinlich oh kurz der ist ich habe so dezent viel Scheiße irgendwie gerade dabei also wie immer eigentlich nur schlimmer ich wollte es gerade sagen ich habe irgendwie immer viel Mist dabei das hat jeder in Minecraft immer mhm ja außerdem hat natürlich Mod drin so Rucksack Mod das ist dann sehr praktisch ja da hast du den Rucksack voll gemüllt ja Ender Rucksack finde ich ganz cool die Idee finde ich super da sind immer so Notfalls dann Waffen dabei ab 1.8 gibt es neue Tierchen ne? irgendwas mit Ender Tierchen die ja ja ich weiß sich bilden wenn die irgendwie teleportieren hab ich das Bako Phoenix gesehen übrigens wo wir gerade von den netten Herren reden jup er macht ja mal Snapshots Veröffentlichungen oder sowas ja genau ich weiß ja nicht mal was das ist ja das ist du kannst diese Version die neue kannst du schon vorspielen ok und da kannst du halt auch aufnehmen ja Snapshot ist halt noch nicht alles so richtig hundertprozentig und leckt halt ganz gerne mal und so ne ja 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 weißt du ich äh geb mich gerne mit sowas zufrieden hier du ja so ein paar Mods wären schon schön aber wir lassen dann mal das Thema ne? ja das alte leidige Thema wenn er jetzt ein 172 offen gelassen hätte oder so ja wieso nicht Thomas wieso hast du es zugemacht Thomas das war echt nicht cool von dir Thomas ich mein ich hab nicht mal mehr Optifine drin und Freddy keine Shader mehr glaub ich nö geht nicht Shader funktioniert auch nicht? nö ja Texture Pack funktioniert auch nicht alter mein Texture Pack funktioniert aber ja meins auch ich hab ja immer noch Chroma Hills drin du hast ja ähm Saks 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 wie auch immer ist ausgestrichen Saks Pure PD Craft drin na jo ich kam im Part 25 nicht auf den Namen ich hab grad Part 25 übrigens hochgeladen hm mhm obwohl morgen erst Part 22 dran ist ich hab grad unendlich Datenvolumen super danke wohl davon an dieser Stelle Ostageschenk oder? nö die Server sind down achso deshalb können sie nicht kontrollieren äh wieviel Datenvolumen man verbraucht hat okay ist ganz ist schön Vodafone ja dadurch hab ich ne 16k Leitung ja der Server läuft wahrscheinlich auch über Vodafone irgendwie war eben ein harter Lack dann einfach ah geil dann wär der Server aber endlos ich wollt grad atemlos sagen aber ja jetzt singen noch das Helene Fischer Lied und dann sind wir alle glücklich ne das darf ich erst machen wenn Freddy wieder da ist schon zwei Abos mehr auf dem Kanal dann darf Freddy nämlich wieder sein Video nicht monetarisieren ja hab ich in Part 25 auch gemacht werde ich hab jetzt in jedem seiner Parts machen ich glaub ich hab's in keinem gemacht ich kann mich auch nicht dran erinnern sonst hätt ich wahrscheinlich rausgegangen ja das war der Part das ist übrigens mein Timer hat man das gehört? hat man das gehört? ja hab ich gehört hab ich gehört ich hoffe das Video hat euch gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal wieder ne? tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö